Die EM steht vor der Tür, 82 Millionen Bundestrainerinnen und Bundestrainer spekulieren, was ist die beste Elf, die wir aufs Feld schicken können, aber was wäre, wenn wir diese beste Elf erweitern, um die besten Spieler Deutschlands seit 1990, das seht ihr jetzt. Zeitreise. Stellt euch vor, folgendes, wir sind ja kurz davor, einen medizinischen Durchbruch zu erhalten. Ich habe gelesen auf Twitter, seriöse Account, dass die Jugendforschung so weit ist, dass wir in Kürze durch eine simple Spritze uns alle wieder so aufs biologische Alter 25 zurückbringen können. Ich war noch nie auf dem biologischen Alter 25. Ja, du bist aber auch jetzt nicht in der engeren Auswahl für unsere Top-11. Und dadurch, dass das passiert, können wir natürlich all die Granten des deutschen Fußballs, die noch leben, die, wo der Körper das noch zulässt, die können wir nochmal wieder runterspritzen auf 25 und haben dann auf einmal noch ein sehr viel breiteres Angebot an Spielern, die wir nominieren können, die wir auf das Feld stellen können für die Europameisterschaft. Und deswegen wollen wir uns heute mal aus all diesen Spielern die beste Elf zusammenstellen, die Deutschland hervorbringen kann. Wir haben Cut gesetzt 1990. Die Idee war erstmal, dass wir jetzt passen zur EM und bevor das EM-Studio am 10.06. auf dem Bundesliga-Kanal, den ihr hoffentlich alle abonniert habt, beginnt, wollen wir eine Top-11 machen, einmal so die Vorfreude schören, Top-11 deutscher Fußball, was war die beste Elf aller Zeiten? Dann kam von dir richtigerweise der Einwand, wenn man dann wieder so eine Top-11 macht, dann stellt man ja sehr schnell nach Legende auf, denn ... Wer von uns hat schon Günter Netzer wirklich länger als ein paar YouTube-Ausschnitte lang spielen gesehen? Oder Franz Beckenbauer oder Fritz Walter, wenn du ganz zurückgehst? Uwe Seeler. Uwe Seeler. Da muss man dann vorsichtig sein. Deswegen kam von dir der sehr gute Vorschlag. Wir machen den Cut bei der Wiedervereinigung 1990. Da haben wir auch dieses Ost-West-Problem nicht. Sondern sagen nur, es zählen nur Spiele ab 1990 und auch nur die Leiste ab 1990. Also wir fanden an mit der WM 1990. Und wer waren seitdem die besten Fußballspieler? Wir haben dafür eine schöne Grafik gebastelt. Wir werden jetzt nach und nach füllen werden. Für jede Position einen Spieler. Und dann haben wir am Ende die Top-11. Ja, das ist jetzt erstmal eine Vorauswahl, die wir getroffen haben. Da werden jetzt vielleicht Leute fehlen. Da sagt ihr jetzt vielleicht zurecht im Comments-Bereich, was ist, wo ist Karl-Heinz Riedle? Seid ihr bescheuert? Kann passieren. Und eventuell ist uns auch jemand durchgeflutscht. Schreibt's gerne in die Comments, wenn ihr dort ein Problem seht. Gar kein Problem. Können wir vielleicht noch mit aufnehmen im Nachhinein. Ja, und man muss vielleicht auch sagen, für die jüngere Generation da draußen, die das guckt, die werden sich vielleicht fragen, Moment, was? Der hat Fußball gespielt? Den kenne ich ja nur aus dem Sommerhaus der Stars oder so. Also ne, oder weiß ich nicht was, der moderiert doch Doppelpass. Ich wusste gar nicht, dass der Fußball gespielt hat. Also da sind natürlich viele Spieler jetzt dabei, die heutzutage andere Berufe haben, die man vielleicht aus diesen Berufen kennt. Ich kenne auch immer wieder junge Leute, die denken, Boris Becker ist doch einfach, ist das nicht ein Knacki? Also ist das nicht ein Sträfling? Die wissen gar nicht, dass der mal Tennis gespielt hat. Also das sind so Kleinigkeiten, da muss man auch drauf eingehen, müssen wir die Sensibilität haben, den Leuten das auch näher zu bringen. Absolut, das hast du gut noch mal eingeordnet. Wir fangen an natürlich mit der Torhüter-Position. Eine Position, auf der Deutschland im Prinzip seit Toni Turek überragend aufgestellt ist. Immer wieder große Torhüter hervorgebracht, einige über zwei Meter sogar. Und wir haben aber eine kleine Vorauswahl getroffen. Das ist nochmal die Startelf, die wir jetzt nach und nach füllen werden. Und jetzt habe ich hier mal, ich habe mal so ein paar Namen schon mal rausgesucht, die man da natürlich in den Sinn kommt als allererstes. Genau, auch hier wirklich nochmal der Hinweis, ne, denk dran, 1990. Kannst auch Bodo Ilgner noch reinmachen zum Beispiel. Der 1990 Weltmeister geworden ist? Genau, Roman Weidenfeller hättest du vielleicht auch noch mit reinnehmen können. Was? Roman Weidenfeller? Aber warum? Warum? Champions-League-Finale, Dortmund der Legende. Ja, aber come on. Ja, deswegen habe ich ihn ja nicht reingenommen. Deswegen habe ich jetzt gesagt, das sind, glaube ich, die vier Kandidaten, die man nach 1990 am ehesten im Sinn hat. Andreas Köpke, Europameister Torhüter 96, meine ich. Jens Lehmann natürlich. Unser Jens, bevor er mit Kettensägen rumgespielt hat, hat er mit dem Fußball rumgespielt, hat sehr gut gehalten. Champions-League-Finale mit Arsenal gespielt, WM 2006 im Tor. War er nicht auch bei den Invincibles im Tor? Ja. Die unbesiegte Saison, Arsenal. Und er war, genau, Champions-League-Finale damit auch mit denen. Also für mich ist es ein Zweikampf zwischen Neuer und Kahn, wo ich mir, ich merke, in mir ist es sehr schwer, da eine Entscheidung zu sein, weil Oliver Kahn war schon ein überragender Torhüter. Also der war einfach in seiner Prime, hätte ich nicht gedacht, dass es jemals einen besseren Torhüter geben kann. Und dann kam irgendwie Manuel Neuer so ungefähr. Also der hat natürlich nochmal eine Komponente mitgebracht, die Oliver Kahn nicht hatte, nämlich durch diese fußballerische Qualität und auch dieses fast schon liberomäßige Mitspielen. Das ist natürlich eine Komponente, die Oliver Kahn nicht hatte, aber Oli Kahn war ein Biest. Der war wirklich ein Biest. Er war vielleicht charakterlich schwieriger Typ und weiß ich nicht, hat auch mal irgendwie seine eigenen Mitspieler gebissen oder so, gewirkt oder getreten, geschlagen, bespuckt, Haare gezogen. Ich weiß es nicht, was da alles passiert ist, aber er war ein Biest. Ja, also für alle Leute, die eben nicht in seiner Prime Kahn Woche für Woche gesehen haben, die wissen glaube ich nicht, was der zu der Zeit für einen Ruf hatte, wie Donnerhall. Und da spricht zum Beispiel auch Bände, dass er 2002, als Deutschland im Finale, aufgrund seines Fehlers tragischerweise verloren hat gegen Brasilien, da ist er bester Spieler des Turniers geworden als Torhüter. Er ist nicht bester Torhüter geworden. Ich glaube, zu dieser Zeit gab es auch gar nicht diese Kategorien, Torwart und Spieler, gab es nur bester Spieler, Torhüter inkludiert. Und er ist bester Spieler der Weltmeisterschaft 2002 geworden, vor einem Ronaldo, vor einem Rivaldo, wie sie alle hießen. Und tragischerweise ist ihm halt, und das ist das, was immer wieder wie dieser Ball, sehr vergleichbarer Fehler mit Neujahrspatzer gegen Real im Halbfinale der Champions League dieses Jahr, wo der Ball ihm irgendwie in die Brust springt, nach vorne abprallt und Ronaldo abstaubt und ihn reinmacht. Bis dato war Kahn überragend. Und diese deutsche Mannschaft 2002 war eine absolute Gurkentruppe. Die hat sich da durchgemogelt, hat auch leichte Gegner gehabt, hat die USA gehabt, hat Südkorea gehabt, die zu der Zeit auch nicht so gut waren, wie sie heutzutage sind, die damals aufgrund einer katastrophalen Schiedsrichterentscheidung gegen Italien weitergekommen sind im eigenen Land, deswegen haben sie quasi nicht gegen Italien gespielt, sondern gegen Südkorea. Also die haben sich da wirklich durchgemogelt und haben dann im Finale auf Ballack verzichten müssen und Kahn hat bis dahin einfach, der war so eine unfassbare Legende. Aber, was du gerade schon angedeutet hast, Manuel Neuer hat halt das Fußballspiel auf eine andere Ebene gehoben. Der hat diese komplette Position revolutioniert. Manuel Neuer hat, war Fußballer, Kahn war Torwart, bis Oliver Kahn gab's einen Torwart und was die mit dem Fuß gemacht haben, war scheißegal. Als Manuel Neuer kam, jetzt reden alle davon, ja, der ist vielleicht nur 1,12 Meter groß und hat bei Flanken Probleme, aber der ist ja im Aufbauspiel so super. Den kannst du ja auch unter Pressing, kannst du den Ball zurückspielen und der ist im Aufbauspiel, der erste Aufbauspieler. Dass du da überhaupt redest, das hat Manuel Neuer revolutioniert. und abgesehen davon war er auch auf der Linie, hat er eigentlich kaum Schwächen gehabt. Damals mit Schalke gegen Porto, als da so ein Stern aufging oder gegen Inter Mailand war es, weiß ich nicht mehr, später. Also deswegen ist, im Gesamtpaket kommt man nicht an Neuer vorbei. Würde ich auch sagen, nochmal Algerien 2014 als das große Beispiel. Mir langweilig ist, schau ich das immer nur an, wie er da rausgeht aus dem Strafraum, die Bälle abfängt. Liebe Rotorhüter, also Manuel Neuer hat schon das revolutioniert. Ich würde auch Manuel Neuer drin sehen. Ja, es ist leider so. Nee, es ist schon in Ordnung. Ich glaub, er bietet einfach noch ein bisschen mehr und er ist auch ein paar, wie oft ist es Welttorhüter? Wie oft ist es Vakan Welttorhüter? Weiß ich gar nicht. Ja, die Welttorhüter ist so eine Auszeichnung, die gibt's eigentlich gar nicht. Nee? Nee, das ist irgendwie eine komische Akademie, irgendeine Fußballakademie, die das vergibt und das ist Quatsch. Okay, lassen wir das raus als Argument. Das braucht man auch nicht um Manuel Neuer, glaub ich, guten Gewissens. Es ist einfach der beste Torhüter, den Deutschland je hatte. Ich fühl mich immer sicherer, wenn er hinten drin ist, auch wenn er jetzt schon so alt ist. Für mich, ich setz mich auch immer ein, wenn's dann gegen Ter Stegen oder so geht, auch wenn das auch ein überragender Torhüter ist. Aber Manuel Neuer hat einfach irgendwie auch eine Ausstrahlung und ich mag das einfach, dass man weiß, da ist hinten noch einer, der irgendwie cool bleibt, wenn er den Fuß am Ball hat und den nicht einfach nur wegbolzt irgendwo hin und dann kommt der nächste Angriff, sondern es sind meistens alles Hand und Fuß bei Manuel Neuer. Gut. Ja, aber da sind wir Weltklasse aufgestellt. Das ist die dankbarste Position, weil wir da einfach Qualität ohne Ende haben für eine Position. Ab jetzt wird's ein bisschen schwieriger. Wir kommen nämlich jetzt zur Viererkette. Du hast dich für eine Viererkette entschieden. Ja, man nimmt ja schon die Viererkette, würde ich das vorschlagen. Hab hier ein paar Namen und Bilder vorgeschlagen. Wir gehen mal einmal durch, weil ich glaube, dass nicht jeder, insbesondere weil's ja auch schon betagtere Aufnahmen sind, die kennt. Wir haben Guido Buchwald natürlich, den Weltmeister von 1990, hat Diego Maradona aus dem Spiel genommen. Einer der, ja, er ist ein besungener Held, aber es hätten noch mehr Helden, die da über ihn gesungen werden können, weil er natürlich im Schatten von Andi Bremes Tor und Lothar Matthäus im Allgemeinen stand. Aber wie gesagt, er hat Maradona aus dem Spiel genommen. Natürlich Thomas Berthold mit einer wechselhaften Karriere, saß auch eine Zeit lang mal auf einer Tribüne, hat Comeback geschafft, gehört auch zu den Weltmeistern 1990. Jens Nowotny von Bayer Leverkusen, Abwehrchef, auch 2002 in der Mannschaft gewesen, war Vize-Champions-League-Sieger gegen Real Madrid damals. Dann natürlich Jürgen Kohler, Fußballgott, der bei Borussia Dortmund Legende ist, der in Italien gespielt hat zur Hochzeit der Serie A, der auch Weltmeister ist, der Kokser. Per Mertesacker muss man nicht vorstellen, glaube ich, Mats Hummels. Stefan Reuter auch ein bisschen betagter Weltmeister 1990, eher so auf den Außenbahnen gespielt. Auch eher ein zurückhaltender Typ heute beim FC Augsburg. Hinter den Kulissen maßgeblich für die Weiterentwicklung des Vereins verantwortlich. Philipp Lahm natürlich, Jérôme Boateng. Und da müssen wir das Gleiche sagen wie bei Jens Lehmann, nur natürlich eine ganz andere Kategorie. Wir haben jetzt nicht irgendwelche Sympathiewerte verteilt. Nein, nein, nein. Es geht nur um die sportliche Leistung. Da kommen auch noch ein paar Kandidaten, wo man das immer mit im Gedächtnis behalten muss. Wir reden hier über fußballerische Leistung. Wir haben nicht aussortiert. Wir haben nicht aussortiert. Ja, und Andi Bremer natürlich, den ich gerade schon angesprochen habe, der 1990 mit dem Elfmeter sich unsterblich gemacht hat. So, das sind unsere Kandidaten jetzt mal. Also, ich sag mal, eine Person, da brauchen wir nicht drüber streiten, ist Philipp Lahm. Der kommt auf jeden Fall in die vier. Ich glaube, da sind wir uns einig. Da glaube ich, müssen wir nicht drüber diskutieren. Ist der beste Rechtsverteidiger, den wir hier hatten. Und Linksverteidiger. Und Linksverteidiger, ja. Aber ein Käpt'n, der, ja, man hat gemerkt, als er nicht mehr gespielt hat, hat man gemerkt, was er für ein Loch gerissen hat, meiner Meinung nach. Und er war einfach, ist vielleicht nicht der schillerndste Star, den die Nationalmannschaft hier hervorgebracht hat. Aber der war so verlässlich und grundsolide. Und die Flanken, wie die immer reingekommen sind von Philipp Lahm, präzise, perfekt. Du konntest dich so krass auf den verlassen. Es ist einfach ein ... Ich glaube, seitdem man nicht mehr spielt, haben wir ein Problem auf der rechten Ausverteidiger. Also, wir haben nie wieder jemanden gefunden, der da rankommt, was für seine Qualität spricht. Weil wer hat da alles schon gespielt? Also, Philipp Lahm ist für mich absolut unumstritten der leichteste Pick in dieser Liste. Ja. Ich würde auch sagen, wenn du die Ausverteidiger nimmst, da hast du sowieso nicht so viel Auswahl jetzt aus deutscher Sicht. Auch in dieser Liste sind ja jetzt auch mehr Innenverteidiger als Ausverteidiger dabei. Aber ich würde dann für die andere Seite, weil Philipp Lahm, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, wir brauchen mit dem nicht diskutieren, würde ich dann Andreas Brehme in den Ring werfen. Weil der natürlich Weltmeister 1990, nicht nur wegen des entscheidenden Elfmeters, auch wegen der Kilometer, die er abgespult hat, eigentlich ein entscheidender Spieler damals gewesen. Und ich sehe jetzt auch nicht die Riesenkonkurrenz, ehrlich gesagt. Ja, das zeigt, dass wir in den letzten 30, 35 Jahren da jetzt auch nicht Weltklasse am Fließband produziert haben. Aber ich denke auch, dass man mit Andreas Brehme nichts falsch macht. Beidfüßig. Und ein guter Freund von Lothar Matthäus, der ja auch in der Elf seinen Platz finden muss, sag ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Und die gehören zusammen auf den Platz, die beiden. Deswegen gehe ich mit. Ich glaube, in der Innenverteidigung wird es jetzt schwieriger. Also da haben wir natürlich jetzt ... Also, einmal kurz zu sagen, Guido Buchwald kann man eigentlich auch im Mittelfeld auf der Sechs verorten. Ja. Also, den hätte ich jetzt ehrlich gesagt ... Da gibt man auch verschiedene Dinge. Man könnte ja zum Beispiel jetzt Lothar Matthäus, wenn wir ab 1990 reden, hat er dann auch irgendwann angefangen, Libero zu spielen. Das kam dann erst später. Aber ich hab ihn jetzt ins Mittelfeld zum Beispiel reingepackt. Ähnliches mit Matthias Sammer. Genau. Auch den könnte man jetzt hier anfangen zu diskutieren. Der Libero ist ... Werde uns aber gleich beim Mittelfeld begegnen. Genau, weil die Libero-Position ist eher die Sechser-Position als die Innenverteidiger-Position. Ja, kann man so sehen. Das ist einfach quasi ein nach vorne gerückter Libero. Und deswegen würde ich fast sagen, denn Guido Buchwald ist eher auch im defensiven Mittelfeld beheimatet. Das wird ihm jetzt ein bisschen zum Verhängnis, würde ich mal sagen. Aber dann haben wir für die Innenverteidigung, klar, du hast einen Kohler, der, finde ich, ich liebe den Typ einfach. Ich liebe die Art und Weise, wie der gespielt hat, geliebt. Der ist natürlich jetzt, wenn du das Aufbauspiel von Kohler mit dem von Hummels vergleichst, dann musst du nicht diskutieren. Natürlich ist Hummels der modernere und auch bessere Innenverteidiger. Aber in seiner Zeit war ich absoluter Kohler-Fan. Einfach weil der so, wie der gespielt hat, dieses Kämpferische, dieses Robuste, keine Ahnung, ist einfach ein Sympath. Ja, ich bin auch, ich mag Kohler sehr gerne. Das Problem ist, ich kann ihn nicht nach Sympathien oder so was aufstellen. Und ich tue mich einfach schwer, Mats Hummels da rauszulassen, weil er für mich schon echt der beste Innenverteidiger ist, den wir je hatten. Ich sehe den auch unheimlich gerne. Ich finde, dass der, wir haben es auch jetzt im Champions-League-Finale wieder gesehen, was der teilweise da für Gretchen rausgeholt hat. Der ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Diese Entschlossenheit, diese, auch die Ballsicherheit, Eröffnungsspiel hast du schon gesagt. Und dann noch in seiner Prime, als er noch ein bisschen schneller auch noch war. Torgefährlich. Torgefährlich war bei Standards, Kopfballspiel und so. Er ist echt wirklich ein wahnsinnig guter Innenverteidiger. Ich kann den nicht rauslassen. Also wenn, dann müssten wir Kohler und Hummels aufstellen. Das wäre ein bisschen zu viel Dortmunder für meinen Geschmack. Machen wir es einmal kurz auf Hummels. Also weil ich gehe mit Hummels mit, ich setze Hummels auch ein. Ja, auch auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wie er die Position interpretiert hat, setzt seit 1. Champions-League-Finale 2013, 2. ist 2024. Das sagt schon was aus, auch darüber, wie lange er dabei ist. Und er war vor allem auch 2014 maßgeblich beteiligt. Er hat das 1-0 gegen Frankreich geköpft und hat da auch ein überragendes Turnier gespielt. Und das ist auch ein Spieler, der fast alles hat. Ihm fehlt nur die Geschwindigkeit. Das ist das Einzige. Und Casey Hummels. Und Casey Hummels, ja. Aber das ist selbst gewollt und die Geschwindigkeit nicht. Er war schon auch als Jugendspieler nie schnell. Und das ist natürlich auch nicht besser geworden im Laufe seiner Karriere. Wenn er jetzt noch ... Geschwindigkeit hätte, wäre er absolute Weltklasse. So ist er für mich in vielen Aspekten absolute Weltklasse. Aber eben aufgrund der mangelnden Geschwindigkeit muss er auch in ein gewisses spielerisches Konzept passen. Er ist jetzt nicht der Innenverteidiger, der an der Mittellinie stehen kann und im Laufduell geht. Wenn es darum geht, einen defensiven Ansatz zu finden und Strafraum dicht zu machen, Kopfbälle, Aufbauspiel, ist ja für mich absolute Weltklasse. Wie gesagt, dieser eine Aspekt der Geschwindigkeit ist das, was ihm fehlt, finde ich. Ja, dann wird es aber schwierig, dann den Zweiten zu wählen. Also, was denkt ihr denn da? Per Mertesacker kann man auch noch einen Case aufmachen, auch gerade auf Nationalmannschaftsebene, auch wo wir gerade bei enorm wichtig reden. WM-Titel auch schon 2006 und 2010. 2006 ja auch gerade bei dem Turnier sehr, sehr wichtig gewesen. Könnte man auch einen Case aufmachen. Man könnte auch jetzt sagen, weil jetzt natürlich für den Zweiten Innenverteidiger lacht mich jetzt keiner so richtig an, dass man da einen Libero nimmt. Könnte man natürlich auch dann sagen. Ja, gut, dann hast du die Sammer-Debatte, der Arovas Fußballer des Jahres als Libero geworden ist, der würde natürlich eigentlich, wenn du den jetzt bei Verteidigung eingebaut hättest, hätte ich jetzt gesagt Sammer, auf jeden Fall. Jetzt haben wir das Problem gleich im Mittelfeld mit einigen Spielern, die man auch in die Abwehr packen könnte. Ich muss zu Jerome Boateng sagen, wir haben es ja eben schon eingeleitet, sehr fragwürdiger Charakter und da sind einige Sachen passiert, über die reden wir jetzt natürlich aber nicht. Wir haben diese Schere jetzt mal in der Schublade gelassen, reden wirklich nur über das Sportliche und da fand ich ihn neben Hummels auch 2014 überragend. Der hat ein überragendes Turnier gespielt. Er hat im Gegensatz zu Hummels auch eine gute Geschwindigkeit, also schneller als Hummels in jedem Fall. Ihm geht aber, er hat nie die Torgefahr gehabt, also Offensivkopfball hat er nie wirklich das Potenzial ausgeschöpft, was er mit seinem Körper eigentlich mitbringt. Das ist ja eine unfassbare Maschine, der Typ. Er bleibt für mich im Gedächtnis auch wegen seiner Diagonalbälle, die er immer gespielt hat, also die 60-Meter-Seitenwechsel, die er da so rüber auf punktgenau, also das war auch so eine seiner Stärken. Ich fand ihn halt im Verbund mit Hummels dann einfach unglaublich stark. Bei Boateng würde ich allein deswegen dann hinter Hummels und auch hinter anderen Kandidaten sehen, was die Länge der Karriere angeht. Also es ist ja kein Zufall, dass ein Boateng jetzt keine Rolle mehr spielt, auch schon vor all den negativen Schlagzeilen, die er geschrieben hat, gar keine Rolle mehr sportlich geschrieben hat und Hummels hingegen immer noch auf dem allerhöchsten Niveau, bis jetzt zuletzt performt hat. Genau, das Zeitfenster von Boateng, wo er genial war, war da. Das war auf jeden Fall da, aber es war auch nicht so extrem lang. Ich würde vielleicht doch lieber wieder zu Kohler kommen und dann die Innenverteidigung Kohler-Hummels. Lass uns vielleicht die noch mal aufmachen, weil wir gleich noch mal zum Mittelfeld erst mal gehen, weil da wird's dann, glaub ich, enger und dann könnte vielleicht sein, dass wir da noch mal uns die Behelfslösung suchen, Sammer noch runterziehen. Sammer oder Mackeos noch hinten zu ziehen. Sammer als Innenverteidiger. Ja, als Libero dann halt. Das ist ja das System. Da muss man ja ganz ehrlich sagen, so haben sie ja damals gespielt. Ja. Aber gucken wir mal ins Mittelfeld rein, würde ich sagen. Gut, wir sind einfach so entscheidungsschwache Menschen. Gut, gucken wir uns das Mittelfeld an. Jetzt wird Kohler werden wahrscheinlich. Wie viele Slots haben wir denn? Ja, elf. Elf Slots, wie in der Fußballmannschaft. Nee, aber jetzt fürs Mittelfeld meine ich. Fürs Mittelfeld habe ich jetzt erst mal zwei defensive Mittelfeldspieler aus diesen zehn Kandidaten jetzt hier. Ich gehe noch einmal ganz kurz durch, weil auch da vielleicht der eine oder andere dabei ist, den man nicht mehr so auf dem Schirm hat. Natürlich Didi Hamann, der damals im letzten Spiel im Wembley-Stadion mit einem Freistoßtor Deutschland zum Sieg geschossen hat. Im alten Wembley. Das war noch mal so, glaube ich, ein Highlight. Ansonsten mit Liverpool Champions League-Sieger geworden in dem legendären Spiel gegen Milan. Stand da in der Elf und, ja, wie gesagt, hat lange Zeit in England gespielt. Jetzt TV-Experte mit Kontroverse. Ilkay Gündogan, muss man nicht viel zu sagen. Milan Kimmich, Ballack ist auch jemand, wo wir, glaube ich, so langsam Generationen heranwachsen sehen, die den gar nicht mehr spielen sehen haben und ihn jetzt vielleicht auch so ein bisschen als Experte kennen. Aber Michael Ballack, über den kann man das Gleiche sagen wie über Oliver Kahn. Der war zusammen mit Oliver Kahn der einzige Lichtblick in einer sehr düsteren Epoche des deutschen Fußballs. 2002 hat er mit Oliver Kahn im Alleingang die deutsche Mannschaft dahin geführt, wo sie war. Im Finale war er gesperrt, weil er sich im Halbfinale mit einem taktischen Foul in den Dienst der Mannschaft gestellt hat und somit aufgrund seiner, weiß ich, dritten oder whatever, das war gelben Karte, gesperrt war im Finale. Unglaublich bitter für ihn persönlich, aber auch für die Mannschaft, weil er hat sie getragen auf dem Feld. Der war wirklich eine lange Zeit der einzige Weltklassespieler, gefühlt, den wir hatten. Nicht zu vergessen das Foul von Kevin Prince-Boateng. 2010, ja. Ja, das war aber, glaube ich, Champions League aus damals für Balak, oder was war das? Nein, das war die Weltmeisterschaft. Das war die WM, ja, okay. Das war ja so, wo Kevin Prince in Ungnade gefallen ist in ganz Deutschland, weil er Balak kaputt gemacht hat. Genau, das war ein Riesendrama. Für ihn ist dann Sami Khedira, der jetzt auch als nächstes abgebildet ist, quasi in die Startelf gerutscht, wo man natürlich im Nachhinein argumentieren kann, okay, das war für Sami Khedira eine WM zum Lernen und 2014 hat er dann aus der Erfahrung Deutschland zum WM-Titel mitgeholfen. Aber die Rechnung wollen wir nicht aufmachen. Stefan Effenberg ist auch ein Typ, ähnliches gilt da wie für Michael Balak, den haben viele vielleicht gar nicht mehr spielen sehen. Der war natürlich ein absolutes Enfant Terrible, unglaublich charismatischer Typ, groß gewachsen im zentralen Mittelfeld, hat eine unglaubliche Aura gehabt, lange bei Bayern gespielt, bei Gladbach auch gespielt und in Italien, bei Florenz zum Beispiel. Und der ist jetzt für mich, wenn man an Effenberg denkt, denkt man nicht an Dribblingsgeschwindigkeit oder sonst was, man denkt einfach an diese unfassbare Präsenz, die der auf dem Platz hatte. Ein absoluter Cheftyp. Und die Champions League hat er auch gewonnen mit den Bayern damals gegen Valencia im Elfmeterschießen. Und ich glaube, er hat damals auch im Spiel einen Elfmeter verwandelt. Die haben ja, glaube ich, zwei Elfmeter gehabt. Einen haben sie verschossen. Der hat das verschossen, Scholl oder so, und dann den Zweiten hat, glaube ich, Effenberg gemacht. Und dann haben sie Elfmeterschießen gehabt gegen Valencia. Ich weiß es nicht mehr. Egal. Mit Oliver Kahn. Toni Kroos natürlich, über den haben wir letzte Sendung viel gesprochen. Matthias Sammer gilt auch wieder das. Einer der Ostspieler, die dann quasi ab 1990 für Gesamtdeutschland gespielt haben. Deutschlands letzter Europa-Fußballer des Jahres. Also, unglaublich guter Spieler, 1996 als Chef Deutschlands und Europameister gemacht. Hatte damals auch, meine ich, mit Verletzungen zu kämpfen. Und in Erinnerung geblieben ist auch 1997, als er mit Dortmund die Champions League gewonnen hat, als damals Feiersinger für ihn den Libero gemacht hat. Und dann, als er fit war, musste Feiersinger aus dem Kader raus, weil Sammer einfach so gut war. in seiner Prime absolut überragender Spieler. Auch gilt ähnlich jetzt wie für Effenberg, ein absoluter Leader, Anführer-Typ. Basti Schweinsteiger kennen wir noch. Und Lothar Matthäus ist 1990 Weltfußballer, meine ich, auch gewonnen. Der erste Weltfußballer, glaube ich, seit, als das irgendwie so dann dieser Ballon d'Or oder was, war der erste, der da gewonnen hat irgendwann in dem Jahr. Hat Deutschland 1990 zum Weltmeister gemacht. Überragender Mittelfeldspieler, auch als Libero, bis ins hohe Alter bei Bayern auf Weltklasseniveau gekickt. Jetzt muss ich aber noch mal fragen. Also, weil das sind, da vermischen sich ja so ein bisschen jetzt die Positionen im Mittelfeld. Wie viele Positionen im Mittelfeld, weil da kommen ja jetzt wahrscheinlich auch noch außen. Ich kann das auch noch ändern. Also, ich hab jetzt eigentlich, ich kann ja die Aufstellung mal hier zeigen wieder, ich hab ja eigentlich jetzt hier so klassisches 4-2-3-1 aufgestellt und gedacht, wir nehmen jetzt da zwei aus dieser Liste. Das zentrale Mittelfeld. Man kann bei manchen diskutieren, ob man sie nicht auch hier auf diese 10er-Positionen packen könnte. Das ist nämlich meine Frage. Wir haben jetzt gleich noch mal Kandidaten für die offensiven Mittelfeldstellen. Genau, wir haben jetzt gleich noch mal für die drei offensiven Positionen Kandidaten. Aber kann ich auch schon mal sagen, natürlich, das ist dann nicht mehr diese ganz große Klasse, wie wir sie jetzt zum Beispiel haben. Aber auch da können wir wieder sagen, okay, warten wir mal ab, ob wir da noch was sich tut. Aber grundsätzlich reden wir jetzt über diese beiden Positionen hier. Okay. Das ist natürlich sehr, sehr schwer. Also wen ich auf jeden Fall auf eine der Positionen im zentralen Mittelfeld gesetzt sehen würde, ist Toni Kroos. Einfach für die Leistung, die er auch erbracht hat, auch für diese Passstärke, die er hat, über diese lange Zeit auch, die er Leistung gebracht hat. In der Nationalmannschaft? Der ist immerhin Weltmeister geworden 2014, Top 11 der ... Die sind alle irgendwas geworden. Ja, klar, trotzdem. Du hast gefragt, Weltmeister geworden 2014, hat ein sehr guter EM 2016 damals gespielt, wo wir im Halbfinale ausgeschieden sind. Klar kann man da noch negative Beispiele dann mit der EM 2018 zum Beispiel nehmen, aber sechs Champions League nicht alleine ist ja schon mal ... Also für mich ist auf jeden Fall Bastian Schweinsteiger zum Beispiel gesetzt. Ach, der ist überhaupt, den will ich nicht vorgroß sehen, tatsächlich. Aber mach deinen Case, bitte. Ja, für mich ist Bastian Schweinsteiger, äh, weiß ich nicht, ähm ... Ich hab den abgespeichert als absolut Besten. Du hast den Case, du hast den als absolut Besten abgespeichert. Ja, weil der bringt halt noch mal ... Der hat auch noch mal so eine solide Qualität. Der hat dieses Kämpferische, das ich eben auch schätze. Also ich kann mir einfach nicht ... Also Bastian Schweinsteiger in der ... Genau, da sind ein paar Spieler, die ich mir ... Also Ballack, Matthäus, wenn ich auch beide gehört, gehören da irgendwie mit rein. Deshalb tue ich mich gerade so ein bisschen schwer. Sag mal, können wir ... Den können wir in die Innenverteidigung schieben. Jetzt geb ich euch recht, dann haben wir den schon mal dabei, haben das Thema Innenverteidigung elegant gelöst. Ähm, aber für mich gehört Schweinsteiger, Matthäus und Ballack gehören da mit rein. Also, ähm ... Ich sehe, also Schweinsteiger hat 2014 im Finale natürlich sich ein Denkmal gesetzt. Hat sich da zerrissen und das war für mich so das beeindruckendste Spiel seiner Karriere, 2014 im Finale. Ähm, ich finde aber, dass ein Groß noch mal über Schweinsteiger steht, was die fußballerische Qualität angeht. Und da er auch Weltmeister geworden ist, nicht so prägend in Erinnerung geblieben wie jetzt ein Schweinsteiger. Finde ich, also der hat das bessere Finale gespielt. Aber Groß war da auch noch deutlich jünger, muss man sagen. Ähm, Schweinsteiger war in seiner Prime sozusagen. Also, danach ging's auch bergab, weil er auch körperlich einfach sich da auf den Platz gelassen hat einfach. Aber ich würde in der Gesamtkarriere, Gesamtleistung, würde ich Groß über Schweinsteiger stellen. Und, äh, für mich ist Matthäus zu 100 Prozent gesetzt. Den, äh, kann man nicht rauslassen. Das führt kein Weg an Matthäus vorbei. Und dann, äh, Sammer muss mit rein, weil Sammer, ähm, hat, er war einfach ein überragender Typ. Und dann, wenn wir jetzt diese Lösung nehmen und sagen, Sammer geht in die Innenverteidigung, was natürlich ein Stretch ist, aber weil's was an der Formation liegt. Wenn wir jetzt eine Libero-Formation nehmen, wär's klar. Könnte man aber sagen, okay, Sammer packen wir in die Abwehr rein. Und dann wär ich für, ähm, Groß. Matthäus kann man auch auf die Zehn setzen. Wenn man will. Und das Ding mit Ballack ist, der war in seiner Phase der Weltklassespieler, hat aber nix gewonnen. Hat keinen Titel gewonnen. Weder Champions League noch Europameisterschaft noch Weltmeisterschaft. Das lag daran, dass er eine Gurkentruppe um sich rum hatte, bis auf die Chelsea-Zeit. Das war auch ein bisschen Pech im Finale gegen Manchester United. Aber, ähm, ich würde fast sagen, aufgrund der großen Titel würde ich Ballack eher nicht mitnehmen. Ich glaub, bei Matthäus können wir uns schon mal alle einigen. Ich glaub, Matthäus muss da rein. In seiner Prime war der unfassbar in allen Dingen gut einfach. Der hatte ja keine nennenswerten Schwächen. Der ist gelaufen, der hat gekämpft, der hat auch gut spielen können, der hat schießen können, der hat passen können, hat eine Übersicht. Also, der muss da rein. Ich seh halt auch keine logische Begründung, warum ich Ballack vor Groß sehen würde. Weil, da saß du schon, allein die Titel sprechen ja dann in dem Maße für Groß im Vergleich zu Ballack. Und Ballack hat ja auch bei Chelsea, war ja auch nicht immer Stammspieler, nicht immer ein umstrittener Stammspieler. Er war Stammspieler, aber er stand im Schatten von Lambert. Und das war ja auch so, 2010 haben uns damals alle geärgert, dass er sich verletzt hat. Aber dann hat sich das ja dann relativ schnell als Glücksfall herausgestellt, weil dieses Khedira-Schweinsteiger-Mittelfeld einfach so viel besser funktioniert hat. Aber da war Ballack auch schon weit über 30, mein ich. Also, für mich ist es halt tatsächlich auch groß, Matthäus, im zentralen Mittelfeld. Und Schweini, lass dir raus, beide. Schweinsteiger hat er halt, das ist natürlich wieder die Frage, was gewichtest du mehr? Weil Schweinsteiger hat natürlich seine absolute Höhepunkte. 2013 Champions League Kampagne, 2014 WM. Aber er hat natürlich nicht diese Länge der Karriere, wie sie ihn groß hat. Er hat nicht die Titel, die ihn groß hat. Er hat auch immer wieder Phasen dabei gehabt, wo er dann nicht so überzeugt hat, in dem Maße, wie es groß getan hat. Groß, da weißt du einfach, was du bekommst. Du weißt halt jedes Spiel, was du bekommst von groß. Und bei Schweinsteiger war das nicht so. Ich glaube, ihr seid noch so ein bisschen im Champions-League-Hype gerade. Nee, aber ich finde auch bei Schweinsteiger, der hat zwei Phasen seiner Karriere. Und der wurde bis 2005 oder so ... Also, der hat acht deutsche Meisterschaften. Ja, sieben DFB-Pokal, einmal Champions League, einmal Weltmeister. Genau. Er wurde lange Zeit auf die Flügeln eingesetzt. Und er ist einfach viel zu langsam als Flügelspieler. Und dann erst ... Ich weiß nicht, ob es zur WM ... Nein, das war das ... Nach 2006 war das erst. Nach der WM 2006 wurde er als ... Nein, lass mich mal. Das war 2008, hat Klinsmann das dann das erste Mal probiert. Und dann Van Raal hat das dann so richtig gemacht. Genau. Okay, dann ist das zeitlich richtig eingehört. Und was ich damit sagen will, ist, er hat so zwei Phasen seiner Karriere gehabt. Und erst, als er auf der Sechs eingesetzt wurde, ist er richtig so diese dominante Figur gewesen. Ist auch charakterlich gereift. Vorher war er halt so ein bisschen auch der Whirlpool-Jüngling. Und ab da hat er noch mal eine ganz andere Bedeutung für das Spiel. Also, als Außenbahnspieler würde ich ihn da nicht in die Rangliste reinnehmen. Nee, ist ja auch jetzt hier ... Geht's ja auch um defensiv und zentrales Mittelfeld. Genau. Und das Ding ist, natürlich ist Schweinsteiger ein überragender Spieler. Es geht ja nicht darum, Schweinsteiger abzuwerten. Es geht eher darum, Groß- oder Schweinsteiger. Weil Matthäus ist gesetzt. Und dann muss ich sagen, seh ich Groß-Vorschweinsteiger. Müssen wir jetzt die Mehrheit entscheiden. Müssen wir so abstimmen. Müssen wir leider ganz nicht überstimmen, Etienne. Tut uns ... Tut mir leid. Aber dann kommen wir jetzt dann zu den nächsten Positionen. Wir können mal den Zwischenstand hier zeigen, wie er aussieht. Nee, wir zu den nächsten Positionen weiterrücken. Ja, also wir haben ja Sammer uns jetzt geeinigt. Bestimmt, Sammer muss ich noch reinfügen. Neben Hummels was. Wie gesagt, es ist ein Stretch, ne? Es ist natürlich von der Formation Quatsch. Ich hab zwar mal Philipp Lahm eingefügt, das muss ich gleich noch verbessern. Da fehlt einmal Andreas Brehme. Ja. Ja, genau. Okay. Genau, also haben wir uns geeinigt, Groß-Matthäus-Doppel-Sechs oder was? Groß-Matthäus-Doppel-Sechs und dann Sammer hinten im Erbwehr. Okay. Gleich hab ich's auch auf dem aktuellen Stand. Dann kann ich's euch hier ... Sehr gut. So, jetzt haben wir den aktuellen Stand. Okay, das ist der aktuelle Stand. Dann kommen wir jetzt zum offensiven Mittelfeld. Hier ist es. Sanne, Reus, Götze, Andi Möller. Auch älteres Semester. Dortmund, Frankfurt, Juve. Hauptsache Madrid. Also von ihm kommt der Spruch. Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Er ist Urheber dieses sensationellen Spruchs. War zu der Zeit auch ein überragender Fußballer. Sehr, sehr schnell. Torgefährlich. War immer so ein bisschen belächelt, auch weil er so eine gewisse Sensibilität im Spiel hatte. Sehr leicht gefallen ist. Wir erinnern uns an die Schwalbe. Ich glaub, es war 1996 im ersten Meisterjahr. Also sie waren ja 96, 97 ... Nee, 95, 96 waren sie Meister. Das war, glaub ich, das erste Meister gegen Karlsruhe. Diese Schwalbe, wo er ja auch im Nachhinein gesperrt wurde. Diese kackdreiste Schwalbe. Der Gegenspieler war einen Meter weg. Ist ihm so ein bisschen auch ... Haftet ihm noch nach. Ähm, aber ansonsten fand ich, äh, Möller ... Äh, diese Leichtfüßigkeit, die Geschwindigkeit. Hat auch Zehner spielen können. Äh, fand ich immer überragend. Äh, dann haben wir natürlich Icke Hessler. Damals unvergessen. Sein Tor gegen Wales in der WM-Qualifikation. Zur WM 1990. Sonst wären wir gar nicht mitgefahren, wenn er das Freistoßtor nicht geschossen hätte. Wären wir nie Weltmeister geworden in 1990. Äh, dann natürlich Thomas Müller, Mesut Özil. Bernd Schneider, sehr unterschätzter Spieler. Champions-League-Finale 2002, meine ich, mit, äh, Leverkusen gegen Real. Überragend gespielt. Auch bei der WM 2002 und auch 2006. Sehr gut gespielt. Wieso ist denn der Mario Basler nicht dabei? Würdest du Mario Basler mit reinnehmen? Äh, ich hab ... Auf jeden Fall, oder? Ja, klar, kannst du ja vorschlagen. Offensives Mittelfeld? Können wir noch ... Lass ihn einfach mit dazunehmen, wir denken ihn uns dazu. Ja. Und wenn wir uns auf ihn einigen, müssen wir das Bild noch raussuchen. Mehmet Scholl natürlich. Ähm, ja, der immer so ein bisschen der Bravo-Boy war, aber auch unglaublich technisch stark. Und vor allem war der in der Zeit, als die Nationalmannschaft völlig stümperhaft war, war eher so ein technischer Lichtblick. Hatte jetzt auch nicht die miserablen Performances retten können, 2004 und so. Aber trotzdem einfach ein Lichtblick in der Kack-Truppe teilweise. Pjellit Barski, ähm, ja, der ist eine Legende einfach. Kölner Legende mit seinen O-Beinen. Ähm, auch ein technisch starker Spieler, der einfach Spaß gemacht hat, zuzuschauen und auch 1990 Weltmeister ist. Bei Pjellit Barski ist natürlich ein bisschen das Problem, dass wir jetzt ab 1990 machen. Ich finde sogar, Pjellit Barski hat in den 80ern noch seine größte Zeit. Wir haben 86 auch sehr, sehr stark aufgetrumpft. Aber, ähm, das ist dann halt so. Aus dieser Riege würde ich mich jetzt erst mal für Thomas Müllers stark machen, persönlich. Weil der natürlich einfach mit seiner Fähigkeiten als Raumdeuter, auch da ist es halt kein Zufall, dass der halt von den Kandidaten, die wir jetzt haben, 2010 immer noch eine Rolle spielt und jetzt immer noch 2024 dabei ist. Obwohl der halt, wie gesagt, schon bei der WM 2010 erstmals aufgetrumpft hat. Ähm, ist ja auch WM-Rekord-Torschütze. Hat er doch den? Nee. Wer, Müller? Nee, Klose. Müller nicht, aber Torstützenkönig bei der WM geworden, so rum. Ja, er ist 2010, ist er Torstützenkönig, war 2014, ähm, war Rammes. Da waren die, glaub ich, torgleichen. Rammes hat aber irgendwie ein Assist mehr oder whatever, keine Ahnung. Genau. Also das wäre mein Kandidat für die Zehn. Sonst ist das jetzt, find ich, jetzt nicht mehr so die schillernde Riege, wie wir sie hatten schon beim defensiven Mittelfeld gerade. Ich bin ein bisschen enttäuscht, ey. Ich guck ja, ich denk so, warte mal, ey, da muss doch noch mehr sein. Ich hab auch gedacht, OM kommt gleich, da kommen die krassen Kanaten. Wenn ihr sagt, irgendjemand fehlt, irgendwie bist jetzt ... Also wir haben jetzt hier natürlich auch aufgrund ihres zarten Alters kein Wirtz, kein Musialer. Natürlich nicht, das ist natürlich schwierig, die jetzt dann zu vergleichen mit Wirtz. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir das Spiel nochmal in fünf oder zehn Jahren machen würden, dann würde Wirtz hier in der Welt auftauchen. Aber momentan nach einem Jahr mit Leverkusen Meister ist es mir noch zu früh, jetzt hier Wirtz in die Westelf seit 1990 reinzuwählen. Ja. Gerade weil wir jetzt hier auch ... Da haben wir Weltmeister dabei, da haben wir Europameister dabei. Wollen wir mit den offensichtlichen Sachen anfangen. Also wer ist denn Fynn Özil zum Beispiel? Özil ist natürlich ein ganz schwerer Kandidat, weil der Fußballer natürlich überragend ist, aber mit Real Madrid auch tolle Leistungen gemacht hat. Aber der Karol da so einer tollen Leistung ist wirklich sehr eng. Und ich fand schon 2014 war er eigentlich über seine Peak hinaus. Ich glaub, die Peak war sogar schon davor, 2010, 2012, 2013, so diese Zeit, wo er dann diese geile EWM 2010 gespielt hat. Und er hatte auch immer so offensichtliche Schwächen einfach im Spiel gegen den Ball zum Beispiel. In großen Spielen hat er selten diesen Impact gehabt, wie zum Beispiel in Thomas Müller, wo der weiß große Spiel, das ist Thomas Müller-Spiel. Da find ich schwierig. Ich war nie der große Özil-Fan. Diese ganze Körpersprache von ihm, die triggert mich immer noch. Ich kann das, egal, dann macht er mal ab und zu so einen geilen Quarterback-Pass oder so. Aber generell tu ich mich da schwer mit. Ich mag halt dieses, was ich schon gesagt hab, dieses Aggressive, dieses, ich will jetzt dieses Ding, das fehlt mir bei Özil komplett. Und das hat mich auch immer genervt, weil er konnte das sich auch nur leisten, weil er um sich rum Leute hat, die das eben gemacht haben für ihn. Und ja, deshalb, außerdem brauchen wir nicht drüber reden, dass die Identifikation mit Deutschland ja auch nicht ganz so groß ist. Das find ich ein Kriterium, wenn wir für die deutsche Nationalmannschaft picken. Insofern ist er für mich da kein Kandidat. Ich tu mich aber auch schwer. Ich mein, da sind jetzt ein paar gute Leute bei. In Götze kannst du sagen, natürlich mit der Vorlage fürs WM-Tor natürlich einerseits legendär, auf der anderen Seite hat er nie so den ganz großen Impact gehabt in der Nationalmannschaft. Reus, die Trage kennen wir ja auch, dass der das Potenzial hatte, einer der ganz Großen in der Nationalmannschaft zu werden. Ja, klar, aber war dann irgendwie nicht so. Ich würde tatsächlich, wenn wir auch auf Außen gehen, würde ich wahrscheinlich sogar Schnicks nehmen, also Bernd Schneider, weil der ist jetzt vielleicht ein bisschen der Unbekannteste in der Liste oder so, aber der hat eine brutale Qualität gehabt mit seinen Flanken. Der war auch bei Leverkusen damals, auch schon bei Frankfurt, ja, immer einer der Besten, wenn er auf dem Feld war. Er war, glaub ich, auch ein bisschen verletzungsanfällig. Ich tu mich grad so ein bisschen schwer. Mir fehlt noch, man hätte sogar den Case für Effenberg, find ich, sogar noch machen können im offensiven Mittelfeld oder so was wie, keine Ahnung, Christian Ziege oder so, Sebastian Deißler, da gibt's schon noch so ein paar Kandidaten, aber die haben halt alle nicht über so einen Riesenzeitraum ... Genau, es geht halt auch darum, und wer hat wirklich in der Nationalmannschaft eine prägende Rolle eingenommen? Und da, guck mal, Götze zum Beispiel, der hat das Tor geschossen, aber Götze ist auch ein Stück weit ein Versprechen, was nicht eingelöst wurde. Er hat nicht eine Phase gehabt, wo er die Nationalmannschaft geprägt hat. Deswegen ist Götze für mich raus. Reus ist ein Spieler, ähnlich, aber andere Gründe. Reus wäre ein Spieler gewesen, der die Nationalmannschaft hätte prägen können, aber er hat de facto durch Verletzungen zu viele Spiele verpasst. Er war bei der WM 2014 nicht dabei. Er war 2016 dabei, als es im Halbfinale gegen Italien rausging. Da war er dabei. Aber er hat eben aufgrund dieser Verletzungsanfälligkeit nie die Nationalmannschaft groß geprägt. Deswegen würd ich ihn auch nicht mit reinnehmen. Thomas Müller ist in dieser Riege derjenige, der für mich der gesetzteste ist, weil er 2010 überragend gespielt hat, 2014 Weltmeister geworden ist, auch zwei Turniere jeweils fünf Tore geschossen hat. Und bis heute Bestandteil des Teams ist, nicht nur aufgrund seiner sportlichen Leistung, sondern weil er offensichtlich auch im Mannschaftsgefüge eine Wirkung entfaltet, die wichtig für den Erfolg ist. Deswegen ist für mich Müller jetzt immer der eine Spieler, über den man, glaub ich, nicht so lange diskutieren muss. Den würd ich auf jeden Fall reinnehmen. Er ist für mich ein Zehner. Also, er ist kein Außenspieler. Dafür fehlt ihm auch die Geschwindigkeit. Er ist einfach ... Also, wenn man mal jetzt einen Sané vergleicht mit einem Müller oder so, dann ist Müller ein zentraler Spieler oder jemand mit vielen Freiheiten. Ja, außen ist das Problem. Außen ist wirklich das Problem. Also, du kannst halt, wie gesagt, Müller diskutieren auf der Zehn, Özil. Aber ich bin jetzt dafür, dass wir Müller auf die Zehn einloggen, haben wir alle schon gesagt. Aber dann hast du halt die Außenposition. Und wie gesagt, Lid Barski ist jetzt derjenige, den ich am wenigsten bewerten kann, muss ich gestehen, weil dessen Prime halt wirklich vor meiner Zeit war. Mehmet Scholl ist auch so ein bisschen Mario Götze vielleicht so ein nicht eingelöstes Versprechen auch ein Stück weit gewesen. Er war ja auch großartiger Fußballer, hat aber durch Verletzungen nie diese Konstanz reinbringen können in seine Leistung, hat dann ... Eigentlich, ich hab grad noch mal Stats geguckt. Wisst ihr, wie viele Spiele Ike Hessler für Deutschland gemacht hat? Viele. 77? 101. Ja. Also kommt man fast, find ich ... Aber wo würdest du ihn aufstellen? Rechtes Mittelfeld kannst du ihn stellen. Er ist eigentlich OM, aber du kannst ihn auch. Er hat auch ein paar Mal rechts gespielt. Aber Bernd Schneider ist auch rechtes Mittelfeld, oder? Mhm. Aber Ike Hessler ist eigentlich auch ein Kandidat, den du da wirklich ... 101 Länderspiele, wie kannst du den dann nicht in die All-Time-Elf stellen irgendwie? Weißt du? Also das ist halt ... Ja, also Weltmeister 1990, wie gesagt. Andi Möller, Europameister 1996. Zum Vergleich, Bernd Schneider. Wenn's um nach Titeln geht. Auch 81 Spiele gemacht. Hätte ich auch nicht gedacht. 81 Spiele für Deutschland. Ich hab halt Bernd Schneider noch bessere Erinnerungen. Deswegen würd ich da ... Das ist vielleicht aber auch so ein Bias einfach, den ich hab, weil ich natürlich so eine Erinnerung hab, auch durch die WM 2006 noch mal. Das ist halt noch ein großartiger Spieler gewesen. Also da kann man jetzt Ike Hessler und ... Kann man zwischen Ike Hessler und Bernd Schneider diskutieren, find ich. Aber da haben wir immer noch auf links eine Riesenlücke. Da könntest du Lukas Podolski hinstellen. Ja, der kommt gleich bei Stürmern. Aber den bin ich persönlich überwertet. Aber ja. Also. Jetzt machen wir jetzt mal rechts. Genau. Ike Hessler oder Bernd Schneider. Das Ding ist, ich bin großer Bernd Schneider-Fan. Auch weil er so ein bisschen immer unter dem Radar lief und unterschätzt wurde. Großartiger Spieler, technisch großartig. Auch in dieser Ära 2002. Einer der wenigen Lichtblicke. Was ihm fehlt, ist ein Titel. Er hat keinen großen internationalen Titel und er hat keinen Länderspiel-Team, also keinen Nationalmannschaftstitel. Ike Hessler ist Weltmeister 1990. Er hat, wie gesagt, zum dritten Mal, Deutschland mit diesem Freistoß vor gegen Wales überhaupt erst ins Turnier geführt. Er hat, wie wir grad von Eddie gehört haben, sogar über 100 Länderspiele ist in diesem illustren Klub. Deswegen sag ich Ike Hessler. Dann loggen wir jetzt Ike Hessler ein. Thomas Müller vorne, Ike Hessler vorne rechts. Ja. Und dann können wir gleich noch mal auf die Links-Außen-Position zurückkommen. Ich find, man kann jetzt auch ... Wenn wir jetzt sagen, den Schneider spielt dann halt links, das ist jetzt vielleicht nicht so schlimm. Ja, ist ja eigentlich auch geschummelt. Ja, aber was ist denn ... Wir haben uns jetzt natürlich mit diesem Pick auch einen Andi Möller rausgenommen, der zwar auf der Zehn spielen konnte, aber auch über rechts kommen konnte, aber über links, glaub ich, jetzt eher nicht. Eigentlich eher ein Zehner. Er hat ja damals auch über Mario Basler gesagt, als die so Beef hat, nach der ist ja nur Außenbahnspieler. Weil er natürlich im Zentrum eine andere Rolle hat als Außen. Ähm, ich ... Möller, also wie gesagt, auch unvergessen 1996 dann der Elfmeter, der letzte Elfmeterschütze, fünfter Elfmeter gegen England, als er diese Paul Giscoyne-Geste nachmacht. Also der hat schon auch ... 85 Spiele für Deutschland, 29 Tore. Andi? Ja. Also ich mochte den immer sehr gerne, muss ich sagen. Als Spielertyp. Das war ein guter Spieler. Andi Möller war ein geiler Spieler. Aber können wir den auf links stellen, ist die Frage. Ja, gut, da würden wir jetzt sowieso schummeln. Also eigentlich klassisch, eigentlich eher schon OM, vielleicht ein bisschen hängende Spitze sogar noch. Ja, heute würde man ihn vielleicht so in dieser ... Er würde konkret bei unserer Aufstellung mit Thomas Müller in einer Position, muss man ganz ehrlich sagen. Da kommt er eigentlich nicht an Thomas Müller vorbei. Leroy Sané ist halt auch noch nicht ... Der muss sich noch beweisen eigentlich, dass er dann so eine Elf schafft. Also ich kann mir vorstellen, dass man den irgendwann in so eine Elf stellen könnte, wenn er sich jetzt auch in der Nationalmannschaft mal so richtig beweist, wenn er einen Titel holt. Aber auch mit Leistung. Es gibt ja auch immer so einzelne Spieler, die eine einzelne Leistung haben, wo du dann auch sagst, okay, ohne Titel geht das trotzdem, klar. Aber das ist auch ähnliche Kategorie wie Özil, wo ich sage, das ist ein Spieler, der muss von der Mannschaft mitgerissen werden. Es ist nicht der Spieler, der die Mannschaft mitreißt, finde ich. Ja, das war auch ein Hessler jetzt nicht unbedingt oder so. Also Sané ist jemand, von seinen Fähigkeiten her könnte der ohne Diskussion in dieser Elf stehen, weil der ein unglaubliches Potenzial hat. Aber er ist halt inkonstant und er hat noch keinen Titel groß gewonnen. Er hat noch eine Chance jetzt, er wird ja auch nicht jünger. Ich denke, er spielt jetzt vielleicht noch ... Weiß nicht, vielleicht spielt er jetzt die Weltmeisterschaft und danach muss man gucken, wie sich Gesundheit nicht bei ihm entwickelt und so. Aber es fehlt für mich dieser eine Moment, wo man sagt, das ist der Sané-Moment. Da hat er uns zu irgendwas geführt, irgendein prägender Moment. Wie gesagt, über Hessler haben wir drüber gesprochen. Auch schon 59 Spiele für Deutschland, 13 Tore. So, wir müssen jetzt mal hier weiterkommen. Also, lass uns erst mal mit dem Sturm weitermachen, dann füllen wir am Ende die letzte Position, die dann noch offen ist. Um Sturm, finde ich, da werde ich gleich einen ganz klaren Kandidaten machen, aber du darfst gleich erst mal vorstellen. Gut, Jürgen Klinsmann, Weltmeister 1990, überragend, insbesondere damals gegen die Niederlande im Achtelfinale. Überragendes Spiel von ihm. Ja, danach Bundestrainer, aber war natürlich auch ... Dann in England hat er den Diver erfunden, der bis heute dann nach ihm benannt ist. Dann hast du natürlich Lukas Podolski, absolute Legende. Meistens auch über die linke Seite irgendwie gekommen oder mit Miroslav Klose im 4-4-2 irgendwie als zweiter Stürmer. Ähm, Mario Gomez, ja, war jetzt nie der unumstrittene Stammspieler vorne im Sturm, hat in der Ära auch mit Miroslav Klose gespielt, bei Bayern gespielt, aber war immer umstritten, wenn er gespielt hat, muss man sagen, man hat immer gewisse Defizite bei ihm auch kritisiert. Oliver Bierhoff war damals erst in Italien aufgeblüht, bei Udine gespielt, ist da Torschützenkönig geworden, war davor in Deutschland eigentlich unter dem Radar, erst dann durch die Erfolge in Italien zur Nationalmannschaft gekommen, spät berufen, 1996 das entscheidende Golden Goal gegen Tschechei. Und Rudi Völler natürlich, absolute Legende, auch in Italien, bei Roma gespielt, mit Marseille Champions League Sieger geworden und bei Werner Bremen gespielt, hat auch 1990 mit Jürgen Klinsmann zusammen die Doppelspitze gemacht, unvergessen sein Haupttar, was die Spuckattacke von Frank Reichert aufgefangen hat und überragendes Turnier gespielt hat. Und Miroslav Klose, der vielleicht gar nicht so der Begabteste ist, auch spät berufen ist, der aber bis heute WM-Torschützenkönig ist. Und das ist einfach eine Marke, 2014 Weltmeister geworden. Also das ist auch, finde ich, ein schwerer Pick. Weil ich jetzt viel geredet habe, überlasse ich euch jetzt erst mal so ... Ich guck grad die Stats alle nach. Also mein klarer Favorit ist auf der Position Miroslav Klose, weil er eben, wie du gesagt hast, WM-Torschützenkönig auch sich immer für die Mannschaft aufgerafft hat. Das kann man dann noch mal in deine Richtung sagen, Etienne. Da war auch immer jemand, der gefeiertet hat, der auch noch bis zur späten Karriere eben mit dem WM-2014-Titel sich da gekrönt hat. Hat vielleicht auf Vereinsebene nie diesen ganz großen Sprung geschafft. Aber auch da hat zum Beispiel mit Werder Bremen schöne Leistungen gezeigt. Aber eben in der Nationalmannschaft, über die wir ja auch hier reden, war er immer präsent, immer gut dabei. Und hat die wirklich über zehn Jahre mitgeprägt von seinem Beginn da, WM-2002, wo er maßgeblich zu unserem Finaleinzug mit beigetragen hat. Bis hin dann halt zum WM-Titel 2014. Am ehesten könnte man dann, finde ich, noch über Rudi Völler diskutieren. Aber auch da sind wir dann wieder bei dem schnell, bei dem Punkt, wie viel ist da noch 80er mit deinen großen Leistungen, wie viel ist da noch 90er, ähm, genau. Also, ich, erst mal leicht für mich rauszustrechnen, ist Oliver Bierhoff. Ja, Oliver Bierhoff. Der gehört für mich da, auch trotz EM, Golden Goal, gehört er da nicht rein. Ich hab eben noch mal nachgeguckt, Mario Gomez, 79 Spiele für die Nationalmannschaft gemacht, 30 Tore. Also, das ist schon gar nicht mal so schlecht. Trotzdem haben wir hier Kandidaten, also, meiner Meinung nach gehört Lukas Podolski auf die linke Außenbahn mit, glaub ich, 130 Spielen für Deutschland und 49 Toren. Das, sorry, also, das ist eine Statistik. Ähm, da fällt, es fällt mir auch wenig, mir fallen auch keine anderen deutschen Spiele an, die die linke Außenbahn dann auch so geprägt haben. Auch die Euphorie, die er geweckt hat, auch 2006. Ähm, er ist immer noch aktiv übrigens. Also, für mich gehört Lukas Podolski, weil dann haben wir den schon mal elegant noch mal ins offensive Mittelfeld geschoben und können uns noch zwei Stürmer aus dieser Riege raussuchen. Können wir die Grafik noch mal haben? Einen nur. Wir spielen nur mit einem Stürmer? Wir spielen nur mit einem Stürmer. Wir können nicht gerade auch Thomas Müller hier nach links schieben und wir können zwei Stürmer aufstellen. Geht auch. Ach, ich dachte, ich kann mir zwei aussuchen. Aber Thomas Müller hier so ganz elegant nach links. Boah, das ist ja hart, ey. Dann zeig doch mal die Stürmer, bitte. Also, ich würde Lukas Podolski trotzdem nach links packen. Und Stürmer ist es für mich dann zwischen Klinsmann und Klose tatsächlich. Ich finde, man kann für beide einen Case machen. Am Ende würde ich dann rein aus statistischen Gründen Klose nehmen. Er hat mehr Länderspiele, er hat mehr Tore, ich glaube, über 70 Tore für Deutschland geschossen. Und hat dann einfach eine noch größere ... Man kann natürlich sagen, Klinsmann ist Weltmeister 1990. Es ist superschwierig. Aber ich würde dann einfach jetzt, weil ich auch Klose einfach ... Ich mag den einfach auch. Das ist auch dann einfach so eine Sympathieentscheidung. Dann würde ich Klose als einzelne Spitze ... Ich hätte jetzt gedacht, ich hab zwei. Ich hab mir richtig geil überlegt, dass ich jetzt Klinsmann und Klose aufstellen kann. Aber ich würde dann linkes Mittelfeld ... Podolski rausnehmen. Nee, ist für mich. Linkes Mittelfeld ... Also, wenn die mir schon Schweinsteiger nehmen, könnt ihr mir nicht noch Podolski nehmen. Also, dann nehm ich Poldi auf links und Klose im Sturm. Also, ich liebe Lukas Podolski. Ich find den Hammer. 131 Nationalspiel. Ja, ich lass auch nichts auf den kommen. Ich find den richtig geil. Aber da kommt ein großes Aber jetzt. Ja, nein, kein großes Aber. Das Aber ist, dass er für mich ... Er war eine Zeit lang, 2006, als wir nix hatten, da hatten wir ja nix. Da war er so zusammen mit Schweinsteiger, die beiden. Die waren ja das kongeniale, junge, vielversprechende Duo. Aber er war für mich nie so ... Er war immer dabei und so. Aber er war kein Linksaußen. Der hat nie so wirklich diese Position gehabt. Auch bei ... Ich hab auch das später bei Arsenal und so weiter, hab ich das Gefühl, der ... Der kommt nicht so 100 Prozent an sein Potenzial ran. Der hat den brutalsten linken Fuß seit Adriano. Also, ich hab im Weltfußball selten einen dominanteren linken Fuß irgendwo gesehen. Der hat so einen brutalen Schuss, hat aber meiner Meinung nach fast zu wenig daraus gemacht. Der hätte viel mehr Tore schießen müssen. Der hätte viel mehr aufs Tor ballern müssen. Und, ähm ... Er war jetzt nicht so der Typ ... Ja, ich hab das immer bei Paul Deutz das Gefühl gehabt, zehn Prozent fehlen da noch, um wirklich die Lichtgestalt zu sein. Aber was willst du denn noch mehr? 130 Spiele, 49 Tore, 31 Assists. Ich find ... Das sind 80 Scorer in 130 Spielen. Wir werden gleich auf Links packen, auch Mangelsalternativen. Ich möchte für das Protokoll festhalten, dass ich Podolski von den genannten hier den Überbewertesten halte. Wieso? Weil er, ähm, wie Nietzs es gesagt hat, nie das Talent wirklich abrufen konnte. Aber das ist eine Behauptung, die nicht statistisch belegbar ist. Ja, aber wenn du jetzt ... Ja, aber wenn du jetzt ... Gegen wen hat er die Tore geschossen? Das ist dann immer die nächste Frage. Also, die deutsche Mannschaft hat in den ... Hat in den zehn Jahren ... Aber nennen wir mal ein wichtiges Tor, was er geschossen hat im Kram der Nationalmannschaft. Ich nenne dir eins gegen Schweden. Damals hat er, glaube ich, 2006, im Achtelfinale, glaube ich, hat er, glaube ich, zwei Tore gemacht. Gegen Englands hat er damals aus Spitzenwinkel gegen David Seaman war das, glaube ich, noch dieses ... Meint das 4-1, aber da haben ... Das war 2010, meine ich. 2010. Als wir gegen England 4-1 gewonnen haben. Ja. Da hat er dieses Tor aus Spitzenwinkel, also auch bei der Weltmeisterschaft getroffen. Und ich meine, gegen Schweden damals 2006 hat er auch Doppelpack, glaube ich, sogar gemacht. Also, er hat auch schon auch dann in Turnieren, nicht nur gegen Ferreur beim 12. Ja, klar. in der Qualifikation getroffen. Er hat auch schon bei Weltmeisterschaften abgeliefert, er hat 2014 nicht mehr die Rolle gespielt. Da war er für viele auch nur noch als der Bespaßer dabei. Deswegen ist ja dieses Linksaußen auch so ein bisschen stretch, weil das hat er ja auch erst zum Ende der Karriere gespielt und dann auf Vereinsebene nie. Mir ging's jetzt vor allem nicht um die Vereinsebene, wo er halt wirklich eine enttäuschende Karriere hat, würde ich behaupten. Weil bei Bayern hat er sich nicht durchgesetzt. Ja. Arsenal hast du ja auch gespielt, hat er sich auch überhaupt nicht durchgesetzt. Mit Köln, da war er dann immer der Held und hat aber auch diese Heldenrolle sehr ausgenutzt. 2008 hat er linkes Mittelfeld gespielt, dann immer mal wieder hängende Spitze und dann hat er ab 2009 hat er fast genau das ausgespielt. Ich wollte auch jetzt gar nicht widersprechen, wir werden ihn jetzt auch reinnehmen. Ich wollte das nur fürs Protokoll aufheben, dass ich halt Podolski von diesen ganzen 2014er Weltmeistern so ein bisschen für überbewertet halte, weil man dann immer eben auf diese Leistung der Nationalmannschaft schaut, die auch für ihn immer die Wohlfühloase macht. Deswegen macht's auch voll Sinn, ihn in diese Elf reinzupacken, aber natürlich, er hat sich auf Vereinsebene nie mit diesen großen Titeln schmücken können und auf einzelne Ebene auch überhaupt nicht mal so durchsetzen können, wie das eben viele andere Kandidaten gemacht haben. Aber wenn wir über Nationalmannschaft reden und dann über linksaußen, wo wir sowieso niemanden gefunden haben, find ich das in Ordnung. Blutet mir dann natürlich im Herz, wenn man dann Rudi Völler zum Beispiel rauslässt und dann Podolski drin hat, aber das ist dann wieder eine andere Frage. Naja, also wenn, wenn man muss jetzt, wenn wir schon in der Formation frei sind und du sagst, okay, dann änderst du das halt und packst den Podolski links aus, dann muss ich sagen, wenn man dann mit 4-4-2 spielt und sagt, okay, wir spielen mit zwei Stürmern, dann seh ich Klose und Völler und dann Klinsmann. Völler vor Klinsmann. Echt? Ja, also ... Ich mein, klar, Völler hat natürlich auch 1986 und so schon gespielt. Also der war 1990, als er Weltmeister war, ist ja auch ein bisschen älter als Klinsmann, mein ich. Ähm, das war so dieses Duot 1990, äh, Rudi Nationale, äh, und Rudi Völler ist so eine fucking Lichtgestalt. Es ist, äh, der Typ ist so geil einfach, also ... Zu der Zeit war das einfach, Rudi Völler war einfach ... Ey, das war Rudi Völler einfach, das war der Held. Oh klar, Klinsmann ist auch überragend. Klinsmann war jetzt auch technisch nie so brillant. Äh, der hatte diese Geschwindigkeit, der hatte diesen Zug zum Tor und so, aber war jetzt kein technisch überragender Stürmer. Ähm, deswegen, die beiden sind für mich, so Klinsmann, Völler auf Augenhöhe. Das kannst du beide nehmen. Aber Klose würde ich dann eben aufgrund seiner Legacy, äh, gesetzt sehen. Ist einfach Torschützenkönig, der Weltmeister, der Inbegriff von wichtige Tore, Weltmeisterschaft. Es gibt auch keinen Stürmer in der deutschlandischen Mannschaft, der mehr Tore geschossen hat. Äh, außer Gerd Müller. Ja, der hat ja so viele Rekorde, also unfassbar. Aber ich, worauf ich eigentlich hinaus will, ich sehe sowohl Klinsmann als auch Völler vor Podolski, wenn wir mit zwei Stürmern spielen. Ja, aber jetzt haben wir jetzt ... Es passt auch so besser, weil dann haben wir Thomas Müller auf der 10, da müssen wir da auch nicht irgendwie rumdiskutieren. Ich hab's jetzt mal so gebastelt, wie wir's jetzt grade gesagt haben. Und ich glaube, darauf können wir uns dann auch alle einigen. Es gibt, glaub ich, schlechtere Elfen. Galadriel zum Beispiel. Mit Manuel Neuer. Könnte man nicht den Case machen, aber das ist auch Quatsch, ne? Thomas Müller statt Icke. Ja. Und dann hättest du noch eine OM-Position frei. Ja, gut, könnte man machen. Also, man kann jetzt so diskutieren, aber ich finde schon, so kann man's auch stehen lassen. Dann würdest du jetzt quasi Thomas Müller auf rechts packen und dann noch einen zweiten Stürmer da vorne reinpacken. Kann man auch machen. Wenn ihr unbedingt wollt, aber ich glaube, wir können's ansonsten jetzt so stehen lassen. Boah, viel diskutiert. Mich würde total interessieren, was ihr da draußen sagt, weil ich glaube, dass ihr teilweise eine komplett andere Elf habt. Das liegt natürlich auch so ein bisschen dran, wie man jetzt auch wirklich die Formation setzt, weil eben wir von einem Umbruch auch im Fußball sprechen. Diese Libero-Position, die in Samma gespielt hat, gibt's nicht mehr. Da setzt man ihn dann auf eine Sechs rauf, setzt man ihn in die IV. Da kann man natürlich jetzt auch ein bisschen flexibel sein und ein bisschen rotieren. Das ist nicht hundertprozentig die Realität, die da abgedeckt wird. Auch ein Lothar Matthäus, der wird jetzt hier quasi da auf einer Doppelsechs. Den kannst du auch auf die Zehn setzen. Kannst du dann logischerweise auch auf die Samma-Position setzen, weil er eben auch grad in der Spätphase seiner Karriere als Libero einfach immer gespielt hat. Also, da kann man auch wirklich ein bisschen frei sein. Ähm, meinetwegen einigen wir uns jetzt auf die Elf. Es gibt da wie so ein, zwei Positionen, wo wir, glaub ich, wirklich auch diskutieren können. Äh, schreibt uns wirklich einfach gerne eure Elf rein. Und gerne auch mit Begründung. Mich würd's total interessieren, wir lesen uns das alles durch. Äh, wir antworten nicht immer auf alles, weil wir volle Schweine sind. Aber wir lesen alles, da könnt ihr sicher sein. Genau, es muss halt aber auch gewährleistet sein, dass man dann auch die Spieler kennt. Weil es ist halt so ein bisschen gemein, wenn man jetzt einen guten Spieler sozusagen ... Also, wer weiß nicht, wenn jetzt Lothar Matthäus nirgendwo auftaucht, weil man sagt, ja, den hab ich nie spielen sehen, den kenn ich kaum. Das ist dann für mich so ein bisschen ... Ja, gut, deswegen haben wir sich ja eingegrenzt. Deswegen haben wir extra gesagt ... Also, nee, ich mein das nur als Aufruf für Leute, die jetzt dann ihre Startelf da posten. Ähm, dann muss man aber auch ein gewisses Wissen ab 1990 haben, finde ich. Weil ja, sonst ist es irgendwie scheiße. Weil sonst kannst du sagen, ja, kenn ich nicht, kenn ich nicht, kenn ich nicht. Und dann holst du nur aktuelle Spieler rein. Und das ist aber dann eine andere Diskussion einfach. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Ja, genau. Das ist halt je nachdem, wie alt man das hat. Wir haben ja wirklich auch noch mal ganz bewusst, wir haben uns für ab 1990 entschieden, weil wir eben nicht Legende statt Leistung machen wollten. Na klar, Gerhard Müller, Franz Beckenbauer, Uwe Seeler, wie sie alle heißen, Fritz Walter, die haben wir ja nicht spielen sehen. Und das wär Quatsch, weil wir dann einfach die schillernde Geschichte aufstellen und nicht das, was wir wirklich selber gesehen haben. Hätte natürlich noch enger den Rahmen machen können, also weiß ich nicht, ab 2000 oder ab irgendwas, dann kommen immer andere Konstellationen raus. Wenn die Klinsmanns und Völlers und so weiter rausfallen, oder die Buchwalz und Bertholz. Ja, zwischen 2003 und 2005. Genau, wer fehlt in der Liste? Wir haben Mario Basler zum Beispiel erwähnt, wo man auch natürlich drüber sprechen kann, der zeitweise in der Bundesliga überragend war. Da muss man auch sagen, Thorsten Frings 2006 auf der Doppel 6. Auch überragendes Turnier gespielt. Also da gibt's einige Kandidaten, glaub ich, die man da noch reinnehmen kann, die wir jetzt nicht haben. Schreibt wirklich gerne eure Elf mit rein. Und vielleicht können wir's irgendwann noch mal auflösen und noch mal Fazit ziehen, ob vielleicht bei euch was rausgekommen ist, wo jemand zum Beispiel zu 100 Prozent gesetzt ist, den wir gar nicht haben oder so. Dann kann man ja noch mal schauen, was so eure Votings sind. Für uns war's das jetzt erst mal. Wir sehen uns natürlich beim EM-Studio. Also schön einschalten. Europameisterschaft gucken wir uns hier alles gemeinsam an, reden drüber, machen das EM-Studio und für den Moment verabschieden wir uns. Peace. Tschüss, Leute. Tschüss. 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 Tschüss.